Anlässlich des Internationalen Frauentages lud die Stadtgemeinde Knittelfeld zu einem Abend für und mit Frauen. Dabei wurden nicht nur die Leistungen der Frauen gewürdigt, sondern auch die geschichtliche Entwicklung der Frauen stand am Programm. Abgerundet wurde dieser Abend mit einem umfassenden Unterhaltungsprogramm. Anlässlich des Internationalen Frauentages lud die Stadtgemeinde Knittelfeld zu einem Abend für und mit Frauen in den Großen Saal des Kulturhauses ein. Alle Damen, ob jung, ob alt, waren eingeladen und auch Männer haben vorbeigeschaut. Wir feiern heute im Kulturhaus den Internationalen Frauentag. Es war das letzte Mal vor 15 Jahren, dass so eine Veranstaltung im Kulturhaus stattgefunden hat. Und heute ist unser Saal voll. Ich bin zufrieden und glücklich, dass so viele Frauen gekommen sind, aus vielen Nationen mit uns gemeinsam zu feiern. Zu Beginn wurde die Geschichte des Internationalen Frauentags beleuchtet. Die deutsche Sozialistin Clara Zetkin forderte bereits 1910 die Einführung eines Frauentages. Es ging dabei um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation von Arbeiterinnen. Heute will man auf die mehrfache Diskriminierung und Ausbeutung von Frauen und Mädchen in aller Welt aufmerksam machen. In einer Videobotschaft erzählten zehn Knittelfelder Frauen in einem Video, was sie sich als Frau wünschen bzw. was für sie der internationale Frauentag bedeutet. Für Unterhaltung sorgten die Mädchen von Harmonie 8. Die bekannten Steirerherzen brachten steirische Volkstänzer aufs Parkett. Auch der albanische Kulturverein Dardania bot albanische Volkstänzer und Musik. Die bekannten Steirer Es war ein sehr schön gestalteter Abend mit vielen internationalen Gästen. Es ist jetzt nicht nur um Frauen gegangen und es hat mir sehr gut gefallen, auch die verschiedenen Kulturen, wie die Frauen das so feiern, kennenzulernen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.